Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Heute zeige ich euch mal, wie man eine gescheite Flaschenteilung macht, wie man höchst professionell und ohne jegliche Verluste den Whisky in die Sample Flashes bekommt. Ich habe hier einfach mal einen Kandidaten dabei, Springbank 25 Jahre, habe ein paar Sample Flashes, da muss er rein, kriegen wir wohl hin, was? Das empfiehlt sich immer als erstes, reißen wir mal den Lumpen auf, so, damit man eine ruhige Hand hat und den Whisky wirklich mit ihm eins wird, dass man auch mal eben was probiert davon. Dann hat man es selber verinnerlicht und es geht einem einfach besser. Ich bevorzuge ja, wie ihr wisst, den guten alten Tumbler. So, ihr müsst wie gesagt vorsichtig mit dem Zeug sein, so eine Flasche kostet eben ein paar Euros und da braucht man eine ruhige Hand. Deshalb, wie gesagt, trinken hilft. Ich habe jetzt leider meine Eiszange vergessen, aber denkt dran, die Single Malls heutzutage haben extreme Geschmäcker und um die zu überdecken, ist das Eis wirklich Gold wert, weil sonst ist das viel zu intensiv. So. Ja, da riecht man nix. So ist das in Ordnung. Prost. Ja, das ist in Ordnung. Werden sich die Kollegen freuen, die bei der Erteilung mitgemacht haben. Geh mal durch. Ich glaube, das waren zwei zwei Cells, ein großes Zehner und drei vier Cells, Zahnpels hatte ich. Eben, wie kriege ich das in die Flasche, dass ich am Ende wirklich keinen Tropfen verschwende? Ähm, ich mache es jetzt einfach mal so. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Ich zeige jetzt erst mal eine. Das ist das Überschüttverfahren, eigentlich immer Gold wert. So. Mal gucken. Ja. Man sieht, man kann dann eben auch am Ende den Abzieher machen. Und so geht wirklich nichts verloren, wie ihr seht. Also das ist eine Möglichkeit. Ich mache am Ende weiter. Ich mache das wie im modernen Kochstudio. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Es gibt noch eine zweite. Das ist die Tauchmethode. So, ihr nehmt eine schöne Lagatschüssel. So, weg mit den Kandidaten hier. Schöne Schüssel. Und rein mit den Humpen. Nichts verschwenden, wie die Indianer. Damit die Hand ruhig bleibt, wollte ich noch mal zum Tumblr greifen. Seht zu, dass ihr kühlgefilterte Whiskys kriegt. Weil sonst verfärben die sich. Und das sieht einfach nicht schön aus. Und wer würde denn so eine olle Plörre trinken, ne? So, die Tauchmethode geht folgendermaßen. Wie in der Badewanne damals. Rein. So, das müsste passen. Hier. Nehmen wir den Großen mal. Ja, ist doch super. Und gerade bei den teuren Flaschen, wie gesagt. Da würde man nichts verschwenden. Es kostet einem selber am Ende das Geld. Ich mache meine Flaschenteilung ja auch, ohne Gewinnabsicht. Und so haben alle was davon. Gut. Dann hat mich letztens die Frage erhalt, was man machen soll, wenn man zu wenig Sampleflaschen hat. Ich habe da auch so einen Fall. Oder ich konstruiere jetzt mal. Ich habe zwei CL-Flaschen. Zwei Leute wollen was haben. Und, oder besser als eine Person will etwas haben. Ich habe hier drei CL-Flaschen stehen. Und ich tue jetzt einfach mal so, als hätte ich nur eine Flasche, ne? Da kann man jetzt ein schönes Wetting machen, in dem Sinne, ne? Ich mache unten den 2000er rein. So. Darüber. Ihr dürft die am Ende nicht zu stark schütteln. Den First Fill 2004er. So. Und den 96er Raw Vintage Bottling, oder wie er heißt. So. Damit runden wir das Ganze ab. Ja. Und schon habe ich eben Sampleflasches gespart. Oder, wenn ich keine habe, komme ich trotzdem klar, ne? Ich probiere jetzt mal. Oben drauf ist der 96er. Eiche, leichter Sherry. Stärkere Eiche. Reife. Rosinen. Jetzt komme ich zu dem First Fill. Deutlich fruchtiger. Das First Fill Fass spielt seine Trumpfkarte aus. Richtig Kompott. Und jetzt unten runter der 2000er Holorose Sherry Cars. Der ist so ein bisschen sprittiger. Mal gucken, ob ich das auch noch rauskriege. Der brennt dann doch ziemlich stark. Also, ihr seht, wie es funktionieren kann. Macht weiter mit Flaschenteilungen. Ich werde es auch tun. Ihr seht, ihr könnt mir vertrauen. Und in dem Sinne, macht's gut. Ciao. Noch ein kleiner Nachtrag an der Stelle. Mit informativen Tipps kann ich ja immer dienen. Denkt dran, Alkohol ist eine Chemikalie. Stark ätzend, giftig, brennbar, etc. Deshalb achtet auf den passenden Schutz. Ich war jetzt eben hier sehr leichtsinnig. Wollt natürlich gut aussehen im Video. Aber jetzt zeige ich euch mal, wie ich das wirklich mache. So, was ihr natürlich immer braucht, eine Schutzbrille. Falls Tropfen, auch wenn man so sorgfältig arbeitet wie ich, falls mal Tropfen ins Auge kommen, um die ätzenden Gerüche, gerade bei den Single Molls, wenn man da eine zu tiefe Nase nimmt, das kann dann die Schleimbeute verätzen. Also gerade bei Eiler Molls und Co. kann ich das nur empfehlen. So, jetzt werdet ihr mich nicht mehr hören. Dann, um die Haut zu schützen, euer größtes Sinnesorgan, nehmt einen Kittel. So. So, macht das Ganze auch einen professionellen Eindruck. Und wenn ihr zum Beispiel so Bilder teilt, dass ihr so eure Samples abfüllt, und da wird keiner mehr irgendwelche Gedanken haben, dass ihr unhygienisch arbeitet, dann, falls eine dieser billig hergestellten Sample Flashes bricht, Schutzhandschuhe. Und ich habe ja hier auch noch eben von vorhin mein Betting rein, den 25-Jährigen und abfüllen. Geht wunderbar. Und so kann auch wirklich mal, falls was ins Auge spritzt oder so, es passiert nichts mit die Schutzbrille. Man sollte nur nach spätestens 10 Sekunden, 20 Sekunden die Schutzbrille wieder abwischen, da es sonst doch wirklich durchätzt. Ja, also in dem Sinne, macht's gut. Ciao. Achtung, für dieses Video wurde kein Single Malt oder Blend oder jeglicher anderer Whisky verschwendet. Ich wünsche euch einen schönen 1. April.